Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Mitbrüder, herrwürdige Schwestern, liebe Gläubige, es war in Mexiko, im April 1927, das staatlich-atheistische Regime unter dem Präsidenten Plutarco Elias Calles suchte alles, was katholisch war, auszurotten im ganzen Land. Und der Rechtsanwalt, Anacleto González Flores, er wurde als Anhänger der Cristeros gefangen genommen und grausam gefoltert. Und nach einem Schauprozess verkündete ihm General Ferreira das Todesurteil. Und da antwortete ihm Anacleto, Herr General, sehr bald werden wir vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Und derselbe Richter, der mich dann richten wird, der wird auch sie richten. Anacleto wurde danach erschossen. Und als er von den Kugeln getroffen war, rief er noch aus, ich sterbe, aber Gott stirbt nicht. Viva Christo Rei. Es lebe Christus, der König. Liebe Gläubige, unser Herr sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Wie viel Macht? Alle Macht. Es wird viel zu wenig bedacht, was das eigentlich bedeutet. Es bedeutet, dass jeder Mensch, jede Familie, jede Gemeinschaft, jede Gesellschaft, jeder Staat und jede noch so große und mächtige Organisation, alle ihre Berechtigungen, alle Sagen haben letztendlich nur von ihm, von Christus, dem König. Es bedeutet auch, dass jeder Familienvater, jeder Bürgermeister, jeder Gesundheitsminister, jeder Bundeskanzler und jeder General, jeder Präsident eines Tages vor Christus stehen wird und Rechenschaft ablegen wird vor ihm. Es bedeutet auch, dass es nicht nur ein großes Unrecht ist, unseren Herrn Jesus Christus in der Öffentlichkeit zu missachten, ihn einfach zu ignorieren. Nein, es ist nicht nur ein Unrecht, es ist geradezu Wahnsinn. Was werden diese Menschen vor Christus sagen, wenn sie erkennen, dass sie alles, was sie hatten, nur von ihm hatten? Dass die ganze Welt an ihm hängt, an Christus hängt und das schon immer. Alles, was geworden ist, ist durch ihn geworden und ohne ihn wurde nichts, was geworden ist. Das sagt uns schon der heilige Johannes in seinem Prolog. Aber unser Herr Jesus Christus gehört nicht nur zu den Königen, die nur Herrschaftsrechte haben und sonst nicht viel weiter. Er gehört zu den Königen, die sich die Liebe ihrer Untergebenen sogar verdient haben, die sie sogar erobert haben. Und von solchen Königen gab es auch in der Geschichte. Vor langer Zeit kamen in Griechenland Krieger zurück aus ihrer Heimat und sie erzählten von Dingen, die noch nie jemand gesehen hatte. Sie waren Zeugen einer ruhmvollen Zeit. Ihre Augen begannen zu leuchten, wenn sie von ihrem König sprachen, von Alexander dem Großen. Sie waren Soldaten in seinem Heer und wenn er führte, wurde alles gewonnen. Er ritt voran, sie folgten ihm. Persien, Kleinasien, Syrien bis nach Ägypten. Und dann sogar bis ins Ferne Indien. Sie wussten zu erzählen von mehr als dreifach übermächtigen Feinden, die sie besiegt haben. Von riesigen Ungeheuern und von Elefanten, gegen die sie gekämpft haben. Sie wussten zu erzählen von Hunger, von Durst, von langen Märschen, von unzähligen Gefahren. Und man könnte fragen, warum sind diese Männer Alexander so weit gefolgt? Warum haben sie schier riesige Strapazen auf sich genommen? Und die Antwort ist, weil sie ihn verehrt haben. Sie haben ihn geliebt wie keinen anderen. Auf dem Weg durch die Wüste Gendrosiens gingen die Wasservorräte aus. Sie hatten furchtbaren Durst. Alexander trieb sie dennoch weiter und erbrachte einer in seinem Helm ihm das letzte Wasser. So sehr liebten sie ihn. Alexander nahm es, sah seine Getreuen an und sagte ihnen, wenn ihr für mich Durst leidet, dann will ich lieber sterben, als vor euch zu trinken. Und er goss das Wasser aus auf den Boden. Sie jubelten. Das war ein König. Sie kämpften für ihn, er hielt zu ihnen. Alles, alles hätten sie getan für ihn. Und wenn andere später nicht verstanden haben, warum diese Krieger so viel ja aussichtsloses für ihren König getan haben, dann haben sie geantwortet, du hättest ihn kennen sollen. Dann würdest du verstehen. Alexander den Großen, es gab keinen wie ihn. Du hättest ihn kennen sollen. Und liebe Gläubige, Alexander der Große starb an einem Fieber. Sein großes Reich zerfiel. Alles, was seinen Kämpfern geblieben ist, ist ein wenig Ruhm, ein wenig Ehre, dabei gewesen zu sein bei diesen großen Taten. Was haben die Menschen doch nicht schon alles getan für einen irdischen König? Und wir? Was tun wir für unseren König? Hier verborgen im Tabernakel thront er, unser König. Nicht nur von Makedonien, nicht nur von einem halben Weltreich, er ist König der ganzen Welt. Hier thront er. Er verspricht uns nicht ein wenig eitlen Ruhm, ein wenig Ehre, ein wenig Beute. Er verspricht uns ewiges Leben. Unser König thront hier und er stirbt nicht an einem Fieber und sein Reich zerspringt nicht zu einem Haufen von Scherben, sondern er ist unsterblich und sein Reich wird niemals ein Ende sein. Fius regni non erit finis. Unser König, er thront hier. Er hat nicht nur ein wenig Durst für uns gelitten, er ist für uns in den Tod gegangen. Er hat seinen letzten Tropfen Blut vergossen für uns. Und da müssen wir uns fragen, warum, warum dann will ihm keiner folgen? Wer hört auf seine Stimme? Wer dient diesem König? Wer dient nur, nicht nur einfach sich selbst und allen seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen? Wer ist bereit, für diesen König etwas zu opfern? Etwas auf sich zu nehmen und zwar freiwillig, gerne und mit Begeisterung. Wer von den wenigen, die unserem König folgen, sind so viele zaghaft, träge und lau. In allen Straßen und Gassen unserer Gesellschaft weht ein Gifthauch, der seht Abneigung, er seht Überdruss, er seht Gleichgültigkeit gegen alles, was Christus, der König, verlangt. Und wir wissen, von wem dieser Pesthauch stammt. Anacleto González Flores schrieb damals, viele Katholiken sind sich des Ernstes, vor allem der Ursachen der Katastrophen, nicht bewusst. Sie übersehen, dass die drei großen Feinde, der Protestantismus, die Freimaurerei und die Revolution, unermüdlich und mit einem alarmierenden und gut organisierten Aktionsprogramm arbeiten. Es handelt sich nicht um eine Bagatelle, es handelt sich um eine allgemeine Schlacht, um einen Krieg. Sie haben ihr Schwert gezogen und ihre Bataillone überall aufgestellt. Das ist eine Tatsache. Christus regiert nicht auf den Straßen, in den Schulen, in den Parlamenten, in den Büchern, in den Universitäten, im öffentlichen und im sozialen Leben unseres Landes. Christus regiert nicht hier, vielmehr regiert dort der Teufel. In all diesen Bereichen kann man den Rauch Satans einatmen. So schrieb damals Anacleto. Und liebe Gläubige, es gibt diesen Kampf, es gibt ihn auch für uns. Und es gibt diese Feinde, die Feinde unseres Herrn, Jesus Christus, die Feinde seiner Kirche. Und wir sind mitten in diesen Kampf hineingestellt. Aber angesichts der einflussreichen und mächtigen Feinde müssen wir uns fragen, wo sind die Anhänger unseres Herrn, Jesus Christus? Wo sind seine Getreuen? Wo sind seine furchtlosen Kämpfer, die bereit sind, alles für ihn zu tun? Warum will ihm keiner dienen? Und die Antwort ist deshalb, weil ihn keiner kennt. Wenn wir unserem König nur träge und lau folgen, wenn wir nicht bereit sind, mit Freude alles für ihn zu tun, so deshalb, weil wir ihn nicht genug kennen. Anacleto González Flores hat unserem Herrn Jesus Christus gekannt. Er ist seinem König sogar gefolgt, denn er hat seinem Widersacher General Ferreira nicht nur gewarnt, er hat ihn nicht nur gewarnt, dass er von Christus gerichtet wird, er hat für seinen Feind auch gebetet. Er hat ihm sogar verziehen. Und so sagte er, General, ich vergebe ihnen von Herzen. Wisset, dass sie in mir einen Fürsprecher haben werden vor Gott. Das sagte dieser Mann, nachdem er gefoltert wurde. Anacleto konnte nach einem so großen Unrecht, nach so großer Folter und nach diesem Todesurteil eine so große Feindesliebe haben. Er war ein Heiliger, ein wahrer Held im Gefolge des Christkönigs. Anacleto wusste, wie wichtig dafür die Kenntnis unseres Herrn Jesus Christus ist. Denn jeder, der ihn wirklich kennt, er kann nicht anders. Er muss ihm folgen. Er muss begeistert sein von ihm, von unserem Herrn Jesus Christus. Er hat deshalb vor allem Christus verbreitet. Er griff nicht selbst zu den Pistolen und zu den Gewehren. Aber er selbst sagte, die Kriege, die wir führen müssen, sie sind Kriege von Ideen, Kämpfe mit Worten. Und diese Kriegskunst verstand er meisterhaft. Beten wir darum heute, liebe Seminaristen, liebe Gläubige, beten wir heute um die Gnade der tiefen, innigen Erkenntnis Christi. Suchen wir ihn, kennenzulernen. Im Studium, in der Betrachtung, suchen wir ihn wirklich kennenzulernen. Es ist das Verlangen, die Sehnsucht aller Heiligen. Beten wir um die Gnade, zu der Schar gehören zu dürfen, die ihren König kennt, die ihn verehrt, die ihn liebt, die bereit ist, für ihn alles zu geben. Bereit, ihm in allem zu gehorchen, bereit, ihm alles zu schenken. Nicht widerwillig, sondern mit Freude und mit Begeisterung. Damit der Christkönig geehrt wird von vielen Dienern, die sich selbst ganz vergessen und nur ihm folgen, die stolz sind, ihm dienen zu dürfen, in deren Herzen uneingeschränkt diese Worte dann gelten. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.